Tipp auf den roten Joystick, achso, ah, ah, guck mal, es gibt aber auch ein bisschen Auto-Aim hier, aha, triffst du, oh, super Skill, also wohl kein Standard-Skill, oh ja, alter, du bist Naturtalent, ja, vielen Dank, ich würde jetzt gerne einmal so ein Multiplayer, weil das ist doch das Geile, dass man gegen echte Menschen spielt.